Die Emerson, Sie können sich auf einen Kampf vorbereiten. Unsere Schilder wurden nur in der Simulation getestet, aber Wattensysteme und Navigation sind online. Alle Systeme im grünen Bereich. Möchten Sie mitfliegen? Es geht los! Alle Batterienfeuer frei! Hier ist Colonel Emerson, der Schiff des Ehrschiffs-Odc. Ich würde mit dem Schiff ungern in die Schlacht ziehen, Boyd. Sie können sich auf einen Kampf vorbereiten. Unsere Schilde wurden nur in der Simulation getestet, aber Wattensysteme und Navigation sind online. Das ist alles, was wir haben. Willkommen an Bord, der OEC. Es geht los! Alle Batterienfeuer frei! Wir wollen hier mal unsere Schilde aufholen. Ich würde mit dem Schiff ungern in die Schlacht ziehen, Boyd. Das ist ja mein Kampf vorbereiten. Unsere Schilde wurden nur in der Simulation getestet, aber Wattensysteme und Navigation sind online. Geht los! Alle Batterienfeuer frei!